Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern, hier im Maximilianeum. Spezialausgabe deshalb, weil ich mir, ihr kennt das zwischenzeitlich, um eure Fragen möglichst gut beantworten zu können, wieder einen prominenten und sachkundigen Vertreter an die Seite geholt habe. Heute Gast bei Frag Fabian, mein Freund und Kollege Tobias Gotthard, der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Bayerischen Landtag. Und zwar deshalb, weil wir uns, Tobi, auseinandersetzen wollen mit der Frage von der Agnes aus dem schönen Allgäu. Die Agnes hat wahrgenommen, dass der Ministerpräsident Markus Söder und unser Kultusminister Michael Piazzolo letzte Woche ein wirklich wuchtiges Bildungspaket für beste Bildung in Bayern angekündigt haben, und es noch einmal weit über das hinausgeht, was schon im Koalitionsvertrag steht und bereits abgearbeitet ist. 8.000 neue Lehrerinnen und Lehrer, Anwerbung neuer Lehrer auch aus anderen Bundesländern, Entbürokratisierung, Flexibilisierung der Lehrerausbildung, also wirklich ein wuchtiger Aufschlag. Und jetzt will die Agnes wissen, Tobi, wie wir freien Wähler denn dazu stehen, was drin ist in diesem Bildungspaket und was unsere Einschätzung für dessen Umsetzung ist. Deshalb, Tobi, ballern dich. Was ist drin im großen Paket und wie beurteilt ein Bildungspolitiker wie du das? Ja, lieber Fabian, liebe Agnes, es ist ganz klar, die Maßnahmen, die jetzt verkündet wurden von Kultusminister und Ministerpräsident, gehen zurück auf eine Initiative der Freien Wähler. Wir haben schon im Frühjahr 2022 gesagt, wir erklären die Kampfansage an den Lehrermangel. Und das haben wir sehr ernst gemeint und auch sehr ernst genommen über die letzten Monate hinweg, haben verschiedene Maßnahmen angestoßen. Das muss immer ein Paket sein. Es gibt kurzfristige, mittelfristige, langfristige Maßnahmen, die wirken und die zusammen ein sinnvolles Mauerwerk ergeben, mit dem wir uns vor dem Lehrermangel schützen können, der ja im Grunde ein Deutschland, ein europaweites Problem ist. Und wir haben jetzt zum einen die Offensive im Bereich der Lehreranwerbung. Da muss man jetzt sagen, das ist nichts Neues. Andere Bundesländer machen das seit langem. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel seit 2014 mit intensiven Werbekampagnen in den neuen Medien. Wir steigen da jetzt ein, nicht böswillig und auch nicht als Kampfansage gegen die anderen Länder, sondern einfach als ein gesunder Wettbewerb um die besten Köpfe. Und ich finde, wir als Bayern haben einen hervorragenden Bildungsstandort. Wir können damit werben, wir müssen das Licht nicht unter Schäffel stellen, das tun wir auch nicht. Und ich sage mal so, ganz sportlich, möge der Bessere gewinnen. Wenn sich die Lehrkräfte für Bayern entscheiden, dann ist das gut. Und wenn die anderen Bundesländer das Gefühl haben, es gehen Lehrkräfte verloren, dann müssen sie eben schauen, dass sie mehr leisten, um auf einem Niveau mit uns zu sein. Also ganz sportliche Ansage. Natürlich werden wir nicht das als einzige Maßnahme nehmen. Wir wissen selber, dass wir auf Mittelfrist, auf Langfrist mehr Lehrkräfte in Bayern ausbilden müssen, gewinnen müssen. Auch da haben wir verschiedene Maßnahmen angesetzt. Die erste war schon 2019, dass wir gesagt haben, wir erhöhen die Zahl der Studienplätze um ein deutliches Maß in Bayern. Nur das wirkte eben erst sieben Jahre später, weil die Lehrkräfte ja ausgebildet werden wollen. Wir erleichtern den Quereinstieg, wir erleichtern das Wechseln innerhalb der Schularten. Und, das kommt jetzt zum nächsten Punkt, wir haben auch sehr früh gesagt, wir wollen eine ergebnisoffene, aber intensive Debatte mit allen Beteiligten über die Zukunft der Lehrerbildung in Bayern. Weil Lehrerbildung ist etwas, das muss top aktuell sein, das muss immer auf der Höhe der Zeit sein. Also muss ich es immer weiterentwickeln. Und genau das tun wir und zwar nicht irgendwo am grünen Tisch, sodass wir zwar jetzt irgendwie darüber reden, wie wir uns vorstellen würden, wie Lehrer in Zukunft gebildet werden sollen. Sondern wir binden alle mit ein, alle Schullarten, alle Verbände, die Universitäten und werden mit denen in einem sehr, sehr konzentrierten Prozess darüber reden, wie die beste Lehrerausbildung ausschaut. Was ist gemeint mit dieser Entbürokratisierung? Ich höre von dir immer wieder ein Viertel weniger Bürokratie für Bayerns Lehrerinnen und Lehrer. Wir wollen unsere Lehrkräfte und auch die Schulleitungen dort haben, wofür wir sie eingestellt haben, das heißt in der Arbeit mit den Kindern. Und nicht, dass sie blockiert werden durch unnötige Bürokratie. Es gibt notwendige Bürokratie, das ist klar. Aber alles, was unnötig ist, soll weg. Und diesen Prüfstand, den machen wir. Wir werden uns alle Regeln anschauen, die wir haben, alle Maßnahmen, die einen Lehrer in der Früh um 8, quasi erstmal von der, oder in der Früh um 7, erstmal vom Klassenzimmer zurückhalten. Und ich bin mir sicher, und es zeigen uns auch die Rückmeldungen der Lehrkräfte, der Schulleitungen, da geht was. Und dieses, das geht, da geht was, das werden wir nutzen, um Freiraum zu schaffen für Lehrkräfte, für die Lehre und für die Arbeit am Kind. Klingt nach einem wirklich guten Plan. Tobi, vielen Dank, liebe Agnes. So viel zu deiner Frage. Ich glaube, es ist klar geworden, Bildungspolitik spielt die erste Geige für unsere Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU. Und wir vergleichen uns da in Bayern, ich glaube, so kann man das sagen, Tobi, halt nicht mit Niedersachsen, Berlin oder anderen Bundesländern in Deutschland. Wir wollen auf Augenhöhe sein mit den großen Playern auf der ganzen Welt. Unsere Benchmark sind Shanghai, New York, Silicon Valley, da wollen wir hin mit bayerischer Bildung. Wir sind ein Land, für das Bildung die zentrale Ressource ist, so wie andere auf dem Öl, auf dem Gas sitzen. So sitzen wir in Bayern auf dem Brain. Und deshalb ist Bildung das Wichtigste, um unseren Wohlstand, um unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und damit auch sozialen Frieden und Sicherheit in die Zukunft tragen zu können. Und daher dieser wuchtige Aufschlag, jetzt noch einmal noch mehr zu tun, als wir eh schon über den Koalitionsvertrag realisiert haben, für beste Bildung in unserer Heimat in Bayern. Wenn auch ihr eine Frage habt zur Bildungspolitik oder zu einem anderen Politikbereich, dann macht es wie immer. Schreibt uns unten in den Kommentaren oder tippt eine Mail an uns. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn es wieder heißt, fragt Fabian. Und ich bin schon gespannt, wer da neben mir sitzt, Tobi. Ich. Danke. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.